Ich reagiere heute mal auf Wahlwerbung von der Partei Jesus liebt. Hallo, ich bin Jens der Christ und dann hören wir doch mal rein. Bundestagswahl 2013. Okay, 2013 ist schon ein bisschen her, aber vielleicht war es ja gute Wahlwerbung. Mal gucken. Dazu sehen Sie jetzt Wahlwerbung der Partei Jesus liebt. Für den Inhalt des Bots ist Jens der Christ verantwortlich. Warte mal, Jens der Christ, den kenne ich doch. Ach so, ja, das bin ja ich. Okay, ja, das ist Wahlwerbung, die ich 2013 dann da so gut gemacht habe. Und dann gucken wir doch mal, was für Wahlwerbung ich damals gemacht habe. Wahrscheinlich ist es ähnlich schön wie der von den Grünen, die haben ja auch gesungen. Nee, singt tue ich jetzt hier nicht, aber wir schauen mal rein. Hallo, ich bin Jens der Christ. Also habe ich das gesagt, hallo, ich bin Jens der Christ? Ich hoffe mal, ja, wenn nicht, dann habe ich es jetzt gesagt und jetzt schon wieder und dann habe ich mir immer das gesagt in diesem Video, hallo, ich bin Jens der Christ. Naja, okay. Und hinter mir siehst du einen Teil von Kiesbe. Meine Heimatstadt. Ja, das ist übrigens wirklich meine Heimatstadt. Also Kiesbe, Orchard, Kiesbe. Ja. Heimatstadt. Jesus liebt Kiesbe. Jesus liebt Deutschland. Und Jesus liebt... Jesus liebt Deutschland. Dazu habe ich sogar erst vor kurzem mein T-Shirt gemacht. Und jetzt habe ich es sogar auch für Amazon hochgeladen. Wenn ihr das sehen wollt, vielleicht gucken wir uns das noch später an. Mal gucken. Jesus liebt die Welt. Aber Jesus liebt auch dich. Und Jesus liebt mich. Und das gefällt mir. Ja, Häschen. Ja, und Jesus liebt dich. Jesus liebt auch dich dann wirklich. Das waren übrigens noch Videos mit Häschen. Das war mal eine Zeit. Mittlerweile kommen nicht mehr so viele Häschen-Videos. Ja, aber damals gab es die noch. Jesus liebt auch dich. Und Jesus möchte, dass du seine Liebe wählst. Ich werde dir in anderen Wahlwerbespots erklären, warum es das Beste ist, was du tun kannst. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Habe ich in anderen Wahlwerbespots erklärt? Ich glaube, ich habe auch ein Video gemacht, wo ich erkläre, dass ohne Gott alles sinnlos ist. Ich glaube, das gibt es auch. Aber jetzt möchte ich dich bitten, am 22. September zur Wahl zu gehen. Naja, oder jetzt, wann auch immer die nächsten Bundestagswahlen sind. Wobei, wenn ich das Video hier hochlade, dann ist wahrscheinlich die Wahl jetzt schon vorbei. Dann kannst du dieses Jahr vielleicht nicht mehr wählen gehen. Wobei, ich muss mal gucken, wie lange ich dafür brauche, um das hochzuladen oder so. Ähm, ja. Und die Liebe, Jesus zu wählen. Wenn es jetzt auf deinen Wahlzettel die Partei Jesus liebt nicht geben sollte. Und hast du die Partei Jesus liebt gesehen? Gibt es noch immer irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Und deswegen wähle ich noch immer die ÖDP. Weil es Jesus liebt leider nicht gibt als Stimme. Dann bitte ich dich, zu überlegen, was würde Jesus wählen. Und dementsprechend die Partei wählen. Ja, und da bin ich ja der Meinung, Jesus würde die ÖDP wählen. Aber wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr das ja schon. Und ich frage dich, was kann man tun, damit auf deinen nächsten Wahlzettel die Partei Jesus liebt zu finden ist? Das ist eine interessante Frage. Ähm, ja, seit ein paar Jahren, ähm, ist da anscheinend noch keine Lösung gefunden worden. Und helfe uns doch dabei, dieses umzusetzen. Ich gehe wählen. Gehst du auch wählen? Natürlich. Ich habe Briefwahl gemacht. Gehe ich wählen. Und wenn es die Partei Jesus liebt nicht auf meinen Wahlzettel gibt, dann schreibe ich die drauf und mach da mein Kreuz. Häschen, damit würdest du deinen Wahlzettel aber ungültig machen. Dann wäre das genauso, als wenn du gar nicht gewählt hättest. Die letzten zehn Sekunden möchte ich dir nur eine Sache sagen. Jesus hat mit seinem Kreuz dich gewählt. Ja, übrigens, ähm, zu der ganzen Sache. Also, ähm, vorher hatte ich schon die Idee, ein T-Shirt zu machen, wo drauf steht, äh, ich gehe wählen. Jesus hat mit seinem Kreuz dich gewählt. Äh, danach ist noch ein T-Shirt entstanden. Äh, ich wähle Jesus. Ähm, Jesus hat mit seinem Kreuz dich gewählt. Weil, als ich dieses Video aufgenommen habe, äh, hatte ich noch nicht eine bestimmte Idee, die ich nach diesem Video hatte. Und das hat mit Häschen zu tun. Weil Jesus wollte ja Jesus wählen. Äh, Häschen wollte ja Jesus wählen. Und, äh, dann habe ich mir überlegt, man könnte ja vielleicht wirklich Jesus wählen. Jetzt hier in diesen Wahlwerbungen habe ich gesagt, damit macht man die Stimme eigentlich ungültig. Macht man aber eigentlich nicht, habe ich danach festgestellt, dass man damit eigentlich nicht die Stimme ungültig macht. Und deswegen hatte ich dann da so ein bisschen versucht, Leute zu animieren, äh, auf ihren Stimmzettel als Erststimme. Also, die Erststimme sollte man eigentlich nur ungültig machen und nicht die Zweitstimme. Und deswegen sollte man bei der Erststimme draufschreiben, ich wähle Jesus oder sonst irgendetwas. Und dann deutlich machen, dass es die Erststimme ist und dass die Zweitstimme dadurch noch weiterhin gültig bleibt. Und das war jedenfalls so die Idee. Äh, wobei, wir gucken mal die Wahlwerbung zu Ende. Ne? Bundestagswahl 2013. Das war ein Wahlwerbespot der Partei Jesus liebt. Ja, genau. Das war ein Wahlwerbespot, den ich mal damals produziert habe. Ähm, ist schon ein bisschen her. 2013. Ja, ähm, hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Aufrufe. Und, äh, das, äh, positive-negative Verhältnis, ja, äh, hält sich auch noch in Grenzen übrig, äh, aber, naja, okay. Ähm, wir haben uns das jetzt angeguckt und, ähm, vielleicht erzähle ich noch ein bisschen, was, äh, was danach passiert ist. Weil danach, äh, war es tatsächlich so, dass ich die Idee hatte, äh, Jesus auf einen Stimmzettel draufzuschreiben. Und, äh, hab das bei mir auch gemacht und hab dazu auch aufgerufen, das zu tun. Äh, allerdings, ähm, anders als das, was eigentlich richtig wäre, war bei mir in den Wahlbüro, wo ich gewählt habe, ist so, dass die Leute damals nicht wussten, oder vielleicht noch immer nicht wissen, äh, dass man nur seine R-Stimme ungültig machen kann, das ist möglich. Und das habe ich, äh, gemacht, habe ich auch richtig gemacht, allerdings haben sich so nicht erkannt, die Wahlhelfer, und haben dann den ganzen Stimmzettel ungültig gemacht. Das habe ich im Nachhinein leider erfahren müssen. Und, äh, deswegen schreibe am besten jetzt nicht auf deinen Wahlzettel, wenn du den hast, äh, dass du Jesus wählst, ähm, es sei denn, du willst deinen kompletten Stimmzettel ungültig machen. Eigentlich könntest du es machen und nur deine 2-Stimme, äh, deine 1-Stimme ungültig machen. Aber, wenn man das nicht so genau weiß als Wahlhelfer, dann kann es sein, dass dann alles ungültig gemacht wird. Naja, ähm, ähm, ja, wenn du jetzt sagst, das war doch keine richtig gute Wahlwerbung, dann habe ich jetzt noch etwas für dich, weil ich habe tatsächlich ein T-Shirt erstellt mit richtig guter Wahlwerbung. Ja, und wie schon gesagt, ich finde, das ist jetzt hier richtig gute Wahlwerbung. Man kann hier richtig gut erkennen, dass das hier, äh, ein Wahl ist und dass man dafür Werbung macht, dann halt. Und dann ist es ja Wahlwerbung. Ähm, gefällt euch diese tierisch lustige Wahlwerbung, ähm, zu dieser Idee kam ich jetzt erst vor kurzem dann halt, äh, als ich Isa erzählt habe, dass ich auch mal Wahlwerbung gemacht habe oder dass ich auch Wahlwerbung mache oder sowas dran halt. Ähm, ja, und man kann hier diese T-Shirts, äh, käuflich erwerben. Wobei, ähm, man könnte sich jetzt auch denken, ja, auf diesen schwarzen Tasso oder, äh, man hat hier zum Beispiel dieses schwarze Produkt hier, was man da nehmen kann. Da sieht man ja das schwarze hier nicht so sehr. Äh, ich möchte aber ein schwarzes T-Shirt haben. Geht denn das irgendwie? Wie, und dann könnte man ja mal sich hier mal ein bisschen reingucken und man kann es hier personalisieren. Dann machen wir das doch mal einfach mal. Und bei dem Personalisieren kann man Design ändern, kann man verschieben oder sonstige Sachen machen. Äh, wobei, äh, ich hatte das davor gemacht, deswegen war jetzt hier so ein Hinweis. Ich hab's geguckt, wie es geht. Ähm, also ich hab jetzt hier dieses schwarze T-Shirt und will das jetzt hier personalisieren. Und dann kann ich jetzt hier verschieben und sowas dann halt, ne? Kann auch die Größe ändern. Und, äh, bei diesem Wahl kann ich sogar die Farben ändern. Das heißt, wir haben hier unsere drei Farben. Und das schwarze passt jetzt auf diesen schwarzen T-Shirt nicht so sehr. Und dann nehmen wir einfach mal dieses, äh, ne, das passt ja auch nicht so sehr. Dann nehmen wir mal dieses dunklere Blau und dann kann man dann da sehen, ja, so sieht dann eine richtige Wahlbeirbung aus. Wobei, vielleicht machen wir hier den Wahl vielleicht Weiß. Und, äh, dann nehmen wir das hellere Blau. Ähm, ja, so könnte dann halt Wahlwerbung auf dem T-Shirt aussehen. Und das Grün können wir, äh, das Rot, Grün, das Rot können wir auch noch verändern in zum Beispiel Grün. Ja, das können wir hier alles in den T-Shirt-Designer machen und deswegen, äh, gibt es hier auch die, äh, anderen Farben vielleicht, ähm, an T-Shirts. Kannst du alles mal so ausprobieren und ausgucken und, äh, testen, welche Farben es dann da noch so alles, äh, gibt. Ja, und das ist richtig, richtig gute Wahlwerbung. Äh, neben Wahlwerbung gibt es dann natürlich auch andere interessante T-Shirts. Kommen jetzt auch mit vielleicht ein paar mehr dann halt, äh, T-Shirts. Vielleicht lade ich dann da ein paar neue Designs hoch. Ihr könnt ihr sehen, habe ich heute gemacht. Und, ähm, ja, und wer sich jetzt hier für die Preise dann da so interessiert, ähm, ja, ich hab da jetzt noch keine Marge draufgesetzt. Und, äh, das wird wahrscheinlich auch so bleiben, wobei hier bei den Stickers nicht. Bei den Stickers oder bei anderen Produkten kommt vielleicht eine geringe Marge drauf. Äh, in einigen Shops habe ich auch schon gemacht. Hier bei Jesus4Me habe ich, glaube ich, hier schon eine Marge draufgesetzt, ne? Ja, ich glaube, 2,22 Euro für den Sticker ist soweit okay. Und die setze ich hier da drauf. Aber bei den T-Shirts oder sowas oder bei den Tassen kommt da keine Marge drauf. Und, ähm, dadurch sind, sind die Produkte tatsächlich sehr, sehr preiswert, wenn ihr hier mal guckt. Ähm, hier so ein Frauen-T-Shirt. Äh, warte mal, woher ist hier? 14,49 Euro. Das ist schon relativ gut für ein T-Shirt, was, äh, personalisiert ist. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass ich eine kleine Marge irgendwann bekomme. Oder vielleicht auch eine etwas größere Marge. Ohne, dass ihr mehr zahlen müsst, denn ab einem bestimmten Umsatz, also wenn ihr, ich glaube, 50 Produkte, auf denen, äh, die, die in diesem Marge-Programm drin sind, ähm, kauft. Also Stickers sind da nicht drin, deswegen werde ich ja auf Stickers eine Marge draufsetzen. Ähm, aber bei anderen Produkten, ähm, kann es durchaus sein, wenn ihr davon 50 kauft, dann kriege ich eine gewisse Marge. Also ich glaube, ähm, das fängt so ungefähr ab 1 Euro für ein T-Shirt an, dass wenn ihr 50 Produkte kauft, dass ich dann 1 Euro Marge pro T-Shirt bekomme. Und wenn ihr ganz, ganz viele T-Shirts kauft, äh, im Monat, im Monat müsst ihr die dann kaufen und nicht nur ihr, sondern generell alle zusammen, ne, äh, dann wird die Marge immer größer. Und vielleicht kriege ich ja so ein bisschen Geld. Wenn nicht, dann habe ich euch ein bisschen, ähm, das Leben versüßt, hoffe ich mal. Ja, ich wünsche euch jetzt noch, äh, einen schönen Tag und, ähm, ja, entschuldigt diese Werbung oder diese Wahlwerbung. Äh, Isa meinte, keiner würde sich dieses T-Shirt kaufen. Ich weiß nicht. Also, könntet ihr euch vorstellen, dieses T-Shirt zu kaufen, zu tragen oder kennt ihr jemanden, der dieses T-Shirt gerne hätte? Dann könnt ihr ihr ja mal schenken. Oder vielleicht diesen Sticker hier. Den, den, den Sticker, den finde ich ja richtig lustig. Er kann sein, dass er bald, äh, 2,22 Euro ist. Wenn ihr also, ähm, 23 Cent sparen wollt, dann solltet ihr jetzt noch möglichst schnell zuschlagen. Ja, ähm, ja, soviel zu der Werbung.